um wo auch ein Komo Berg hochgelaufen an die Waffen habe ich jetzt nicht gesehen wo versteckt ihr euch die Tieren der sich nicht so aus als wenn eine Waffe hat ich sehe ihn gar nicht laufend hinterher ich mein Platt was ist denn da ist er mir hinterherlaufen wo du hockst du hast vor allem eine Waffelnacht ja meine Wasserflasche ich weiß oh ich hab rote Schrift wie soll jetzt nein bleib stehen mein Bauch grummelt und das war rot hast du einen Dosenöffner ja hab ich doch warte ich mach dir eine Dose auf ich leg dir mal gleich zwei Sardinen weißt du nicht ich hab fünf Stück okay Sardinen kannst du glaube ich so immer aufmachen oder nee irgendwie nicht ah wer kommt so angelaufen ich ich hier ich drop sie wo ist sie da ist sie aha er will auf mich einschlagen ich hab ihn getroffen wenn ich Pech hab sterbe ich gleich weil jetzt hier steht dass ich komm in eure Richtung mit dem der blutet auf die Straße auf die Straße er läuft da oben am Wald scheiße wieder zurück weißt du auch ein Zombie ja Soundtack rennt er dir noch hinterher hast du so getrocknt ja hab ich ah da Christian rennt er dir noch hinterher ich renn ihm wieder hinterher bist du hinten oder vorne ich bin der hintere ich bin rechts neben dir er kommt in eure Richtung ihr zwei passt auf ja oben vom Berg ja ich seh ihn kommt mir entgegen blutet er noch seh ich von dir nicht ey das sind aber zwei oder läufst du grad direkt hinter ihm direkt hinter ihn laufen wir Christian ist äh links von mir ach gar nicht brauche ich nicht hoch Leute alter also ich will jetzt nicht mehr was machen hier macht euch kaputter als was das uns bringt erst solange bis du grüne Schrift hast ja ich sehe ihn nicht mehr ich sehe ihn noch ne das ist Christian schon gut scheiß drauf er kommt hier wieder runter zur Straße ich komme auch wieder zurück wer läuft unten an der Straße wir sinds hier wir hocken hier am Stein am Stein ach das ist Christian ja das ist Christian ja das ist so dunkel hier ich hab von Gamma hochgestellt ne das habe ich nicht mehr gut hier laufen wir jetzt nach Staroy ja auch nicht flucht geschlagen ne wir laufen ein bisschen weiter nach Mugilefka oder auffüllen ging jetzt hier nicht ne 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 ich fühlte sie hm so ich hatte jetzt auch grüne Schrift ich hoffe Staroy oder Mugilefka Mugilefka muss ich sagen ist weiter weg als Staroy 3 2 1 3 2 1 Mugilefka ich hab äh Vitamintabletten kann das sein dass du vielleicht ein bisschen Vitamine brauchst das hat mir vorhin gegen Kopfschmerzen geholfen und gegen sowas nicht I don't know I feel extremely tired ja wenn's ich auch aber erst wenn's rot ist ist gefährlich ja also bis jetzt konnten wir es ja immer noch ausweichen alles ja das ist bloß kacke wenn man mitten in so einem Kampf ist sag ich mal und dann einer sagt ich muss mich hinlegen ja aber wenn man dann wirklich noch 10 Minuten Zeit hätte oder so du läufst die ganze Zeit gebückt kann das daran liegen äh ne eigentlich nicht naja aber eigentlich also rein vom Logischen her ist das schon wesentlich anstrengender gebückt zu laufen da kannst du ja auch nicht wissen was ich auch nicht war vielleicht geht das da das auffüllen ne das Staudamm vielleicht vielleicht ich denk mal im nächsten Dorf werden wir schon irgendwo den Boden finden also ich wir laufen jetzt bis nach Mogilevka das dauert auch noch ein bisschen ne vorher kommt da noch so ne kleine Dorfdingster ne ja also auf der Karte ist das ne ist da ohja aber das dann müssten wir anders laufen ich habe genug Wasseraufbereitungstabletten ich glaub 96 Stück hat vorhin der Typ der da runtergefallen ist ach stacken die so krass oder was ja ich kann du kannst auch Bandagen ja aber die kann ich bloß mal 6 stacken na gut da wollte ich grad sagen kann ich auch nochmal 6 vielleicht irgendwie auch verkuckt hat ne ach kleiner was hast du gesagt Treezy ein Paper habe ich hier ach 60% Entschuldigung ja dann sind da glaub ich 8 Stück drin oder 6 Stück ich hab glaub ich 20% steht bei mir und ich hab 2 Stück ja also müssten 6 Stück sein ne ne wie hieß denn das weißt du das Christian gibt's denn ein Rückspiel oder ist das K.O. naja ich glaub's K.O. und komm Komm mal, Rett! Ah, schieß doch, Junge. Philly! Lass mal hier gleich testen. Nochmal. Glaub nicht, dass es es gibt. Aber man kann es ja probieren. Ja, drüben ist eh ein Haus, da können wir immer hin. Ja, probieren geht überstudieren. Hier ist ja alles neu. Wer weiß, was geht und was nicht geht. Vielleicht geht es einfach nur noch nicht. Ich habe meine Wasserflasche auf 4. Ich weiß gar nicht. Gibt das irgendeine Seite, wo man irgendwie gucken kann? Ne, noch nicht. Es gibt doch noch keine Map und nichts. Ne, das meine ich nicht. Von Dean Hall, dass man gucken kann, ob ein Update released wird oder wann oder wie. Es gibt die offizielle DZ-Homepage auf DZ.com. Da wird jetzt sowas stehen. News und so. Also ich habe jetzt nichts mehr zu trinken. Wenn ich jetzt roten Schrift... Ich auch nicht. Ich habe noch was. Oh, ist doch wieder einer hinterher. Oder der gleiche wahrscheinlich. Das sind die Wiese auch. Ja? Ja. Ich habe die Freunde nämlich erwischt. Wo ist der? Da oben. Wo ist er denn? Der ist, siehst du hier unten, wenn du auf der Brücke stehst. Oh, da ist er. Ja, ich sehen auch. Ich will ja jetzt... Oh, er ist hingefallen. Er ist tot. Mal sehen, vielleicht hat er trinken bei. Ja, er ist tot. Die Leiche glutscht los rum. Das hatten wir vorhin auch. Ne, er liegt doch hier noch. Also bei mir rutscht er ein bisschen. Ah ja. Ich schlag nochmal drauf. Oh ja. Wie läuft der uns denn hinterher? Wir looten mal, oder? Hauptsache, der hat was zu trinken. Hat er nicht. Scheiße, Dosenöffner hat er. Der ist schon mal gut. War der denn Dosenöffner? Ja, den habe ich gerade eingepackt. Okay. Hier ist schon mal nix in dem Gebäude. Da war ich jetzt mal ein bisschen irgendwo. Bayern führt 1-0. Weaponflashlight. Oh. Tor Ribery. Und der Torwart muss ihn halten. Ich habe Epinephrin habe ich, warum? Oh, sehr gut. Vielleicht sterben wir jetzt nicht endlich. Wenn wir unmächtig sind. Aber ich kriege halt auch keine Optionen. Na, vielleicht kriegst du Optionen, wenn man das hat. Was ist denn hier das hier? Coaching Bot? Na, Koch Bot. Ja. Ich habe eine Kochstelle. Das kann man... Ich habe auch eine Kochstelle. Die habe ich auch. Aber der ist aber groß. Ich habe keinen Platz. Müsst ihr mal gucken, ob ihr das mitnehmen könnt. Wir brauchen noch irgendjemand eine Axt? Ne, Axt habe ich. Ich weiß nicht, eine Schaufel, ob die genauso... Nimm mal eine Axt. Ich habe noch eine. Ich leg die mal hier vorne auf die Straße, damit du die auch siehst. Ich spiele mal ein bisschen Inventar-Tetris. Das Inventar-System gefällt mir richtig gut. Mit den Kacheln. Wesentlich geiler, wesentlich realistischer. Besser als ein Gewichts-Ding. Das würde ich nämlich scheiße finden. Wenn das schwer ist, dann sollen wir einfach neun Slots machen oder so. Fertig. Ja. Ja. Das macht mehr Schaden als die Schaufel. Aber hier... Wir haben auch kein Glück. Hier in dem Gebäude ist auch nichts drin. Ja, wie kann ich denn die ablegen? Das Messer brauche ich anscheinend nicht. Ich... Guck mal auf der normalen Channel-Loot-Map, ob hier irgendwo in der Nähe steht, dass hier ein Ding ist. Ein Brunnen. Ich warte hier vorne an der Bushaltestelle auf euch. Nimm mal den Pott mit. Ja. Ja. Seid ihr noch an der Leiche? Also ich hab nen Gaskoch. Ja, da seid ihr. Auch einen. Woran erkennt man, wie kaputt die Schuhe sind? Leider gar nicht, ne? Na doch. Wenn du hältst, dann steht da immer ein Zustand. Aber es geht irgendwie nur, wenn du so ausgezogen hast. Echt? Also ich hab was... Wenn ich hier so drüber halt mit nem Maus... Ah doch, ne. Einfach bloß drüber halten. Oh, Leiche ist weg. Diese grüne Schrift ist das. Oh, oh. Ich hab Disconnect. Ja, Disconnect. Aber jetzt hoffentlich Server ist da halt. Kann das? Wenn alle haben. Kann sein, ja. Ja klar, so. Auf jeden Fall ist das Server offline, kurzzeitig. Das ist gut. Wie ist das?